Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge HERO! Hallo! Ich komm direkt rauf! Hallo Stegi, wie gehts? Echt? Ich hab... Boah wie viele Leute drauf sind! LOL! Töten wir die alle! Oh wie geil! Wie siehst du denn aus? Richtig dunkel? Zieh mal... Alter! Was? Du siehst richtig pervers aus. Warum? Sagen wir es so. Warum? Wegen meinem V-Ausschnitt? Wegen meinem V-Ausschnitt? Ich hab sogar meinen Cape dazu geändert. Guck mal! Ey, die schreiben nichts. Ich sag, die stehen gleich vor unserer Tür. Ja und dann töten wir die. Okay. Warte mal. Oh, ich hätte dich fast geschlagen, aber ich hab grad gesehen, du hast keine Rüstung an. Du Spacko! Die sterben. Jetzt hör doch mal auf hier! Jetzt schimm mal hier! Diamond Hammond. Irgendwas soll ich machen? Ich hab meinen Shader vergessen! Der geht immer aus! Test Shader! Oh nein! Oh nein! Pam! Ich hab meinen Shader geupdatet. Ich müsste jetzt unter Wasser was sehen. Und zack! Ich sehe hier nichts! Hä? Der ist voll komisch! Der ist echt komisch! Der ist echt komisch! Manchmal sieht man Sachen... Jetzt schimm mal ganz kurz bitte! Hä? Ich hab Schaden bekommen! Hahaha! Wirklich? Hast du gesehen? Meine Leiter ging grad! Warte! Ich will nicht mal abschießen! Nein! Verdammt! Ich hab Schaden bekommen! Ich kann in den Pack-to-Pack nicht spielen! Sorry Leute! Ich finde aber das glaube ich nicht schön! Und ich komme hier nicht mit meinem Inventar zurecht! Ich erkenne die Blöcke nicht! Es ist echt hässlich! Ja, das spielt ja nicht! Aber es sieht vielleicht doch gut aus! Nein! Der Pack sieht nicht gut aus! Ich schau mal ohne! Hier fehlt ein Lillipad! Ich weiß nicht! So! Also! Letzte Folge war ein bisschen zu lang! Bei mir jedenfalls! Ich weiß nicht wie Stegi das geschnitten hat! Erzähl mal! Ja doch! Bei mir war es auch zu lang! Achso! Und deswegen wird diese Folge ein bisschen kürzer! Echt? Aber nicht viel kürzer! Ja! Unter 15 Minuten! Oh! Echt? Ja! Nein! Nein! Dann mach du alleine weiter! Wir wissen nämlich wie gut du das kannst! Nee! Ähm! Ähm! Tust du dann keine zweite aufnehmen? Da ist jemand aus dem Blau! Eh nicht! Doch! Lass uns den töten! Wen? Wie heißt der? Weiß ich nicht! Kedos! Kedos ist da! Die töte ich! Zack! Tötest du den echt? Was machen die denn? Ist der echt da? Oh verdammt! Ich kann nicht schreiben! Tim wenn der dich töte, gell? Er hat keine Sachen! Echt nicht? Nein! Der hat sie nur ausgezogen! Wo? Wo ist er? Okay! Dem haue ich gleich einer rein! Wo darfst du sein? Ich freu mich echt was er hier macht! Hallo! Das sind richtig viele Blöcke! Die er gehen muss! Aber jetzt schild die einfach nicht! Ich seh ihn! Der hat euch töte jetzt einfach! Das wäre so lustig! Nein! Oder? Bitte mach es! Nein! Tu es! Guck mal! Kann ich nicht machen! Töte ihn und sagt ups! Nein! Du ass! Den kenn ich nicht! Aha! Der war gut! Oh! Ich zieh seine Herzen ab! Oh geil! Nein! Ich töte ihn bestimmt nicht! So! Ja lass uns mal aufbrechen! Wir wollten ja was machen! Also ich wollte mir eigentlich mal was craften! Was willst du craften? Weiß ich noch nicht ne? Ach so! Ich zieh mir mal Schuhe an! Ich tu mal! Ja das bleibt da alles jetzt erstmal! Power 5! Habe ich noch Level? Ich hab 19 Level wieder! Davon geh ich mir jetzt erstmal! Der Löf ist was enchancen! Oh! Ach hier! Hexical Diamond! Daraus mach ich jetzt irgendwas! Eine Rüstung macht jetzt! Genau! Ziemlich cool! Soll ich? Warte! Wie macht man? Nein! Ich hab kein Level mehr! Bogen reparieren jetzt so viel teuer! Fällt mir grad auf! Und ich hab gehört den hier kann man auch aus dem Zeug! Ja man braucht man mehr von den Hexical... Man kann sogar craften! Hexical Essence! Wie kann man Hexical Essences machen? Auch nur finden! Ach jo! Und woher? Also gibt's auch so Dungeons! Und Blumen! Blumen natürlich! Hä? Blumen? Ja! Blumen! Ähm Hexical... Dings Blumen! Ja jetzt ernsthaft! Ne warte mal! Blumen! 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 Wo hast du denn Holz? Wo hast du denn Holz? Ja weil ich guck ich will jetzt nicht irgendwas verschwenden! Weil ich glaub... Ich würde sagen wir warten bis wir vier Hexical Diamonds haben und dann machen wir was! Weil ich glaub ich so was alleine bringt! Hä ich bin ich gerade mein Helm ja auch nicht! Ich möchte gern Holz von dir bitte! Nö nö ich hab nix! Hey komm wir nehmen sie ja vom Versagen mit! Jo! Mit anderen in ne Axt! Jo! Jungen! Hab ich immer dabei! Ich hab nen Rucksack dabei! Wir sind so Weibel! Hätte ich aber noch keinen! Ah ne! Ich hab da noch auch! Baut und keine Axt! Ich komm hier mein Bestes zurück! Ich tu mir mal gleichzeitig demselben zu irgendwelche Papieränder, Augen oder Enderperlen, Schriftrollen machen! Weisen nehmen mit! Da leg ich mich ins Bett! Wir wollten gleich aufbrechen! Ja! Tun wir auch gleich! Wir können nicht schlafen weil so viel andere Leute da sind! Ähm man muss sich nur ins Bett legen! Also damit ist das Bett gesafet oder? Hä? Was hast du denn vor? Ja mein Bett halt zu safen! Dass ich... Ja wie halt? Dass ich halt... Bist du das bei uns? Ja genau! Du meinst auf deinem Schiff? Ja genau! Achso! Jaja! Du hast hier nen Illy Pad weggemacht! Huuu! Ist bei mir! Oh Wahnsinn! Aber du hast mir trotzdem so nen Illy Pad geschlafen! Nee! Ich hab eben gesagt! Ist weg! Ah ich hab noch einen! Die hab ich bestimmt! Oh ich hätt mich beeint sollen vielleicht! Boah ich mach! Okay! Ich geh nicht ganz! Mach ich nicht ganz! Mach ich nicht schon! Aber ich bin einig! Schneller! Weil das Problem tut! Nein ich hab nur da das glaube ich! 8 Strings! 8 Strings! Den wieviel brauche ich denn noch? Ich hab 5 Stahlkopf! Ach! Weil wir sind genau richtig laut! Backpackungen und 8 also noch 3 also noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 Strings brauche ich ich glaube ich noch! Das heißt ich müsste mal ein paar Spiders handen! Oder du hättest auch zu mir kommen können! Oder ich hätt dir die geben können! Nein! Oh! Sind Strings! Einfach so! Hä? Warum? Egal! Wie viele? Die stehen so rum! Hä? 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 Guck mal! Jetzt gehen meine Leitern! Echt auch cool! Boah! Der hat den Bogen gedroppt! So! Was wollte ich holen? Habe ich das noch einen Rucksack gehabt? Nee hatte ich nicht! Ah hier! So! 14! 15! 16! Hey! Ich wollte ihn aufbrechen! Ja ich geh auch gleich los! Ja ich auch! Ja ich geh wahrscheinlich eh in die andere Richtung! Ich weiß nicht! Nein! Nicht! Ich geh eh woanders hin! Hätte ich auch direkt gehen können! Achso! Ich wär ja fast gestorben! Geh Spaß! Natürlich! Ich hab mein Rüstung ist besser als vorher! So das muss mir jetzt reichen! Tot! Der ist schon bei uns in der Nähe gewesen! Sandbohm! Ich glaube der ist nicht so stark glaube ich! Wenn er Rüstung hat! War der nicht bei uns in der Nähe? Wollten wir dem vielleicht nicht helfen? Achso! Können wir machen! Ja wenn der jetzt schon zu weit laufen ist der tot! Wo? Wir dich wiederbeleben! Boah! Ich hab richtige Framer! Ne! Wir müssen zu seinem Friedhof! Echt? Glaub schon! Ja ne das dauert ja auch viel zu lang! Ja natürlich müssen wir zu seinem Friedhof! Natürlich! Alles andere wäre ja total unlogisch! Hitter Arsch! Warum tragst du denn dann? Du bist auch so ein Hassmensch alter! Ja? Witzig! Alter! Ich würde jetzt einfach nix mal schreiben das kommt am besten! Wir wollten aufbrechen! Ich fahr kein Boot! Ach das ist ein Chicken! Ich muss meine Map nämlich neu generieren glaube ich! So neue Ränder! LOL! Hör drauf! Weißt du? Ich seh' dich doch da hinten! Ich fahr' hier so am Ufer entlang in der Hoffnung irgendwas zu sehen! Ich hätt' ja richtig Bock auf so ein Piraten Schiff! Ich wollte mir eigentlich nen Schokobock mal machen langsam! Ja wollte ich mir auch! Aber zu spät! Und keine Zeit! Hier ist so n Dingens! Ich geh' jetzt rein! Was ist da? Wollte du Angst? Ja! Ja! Immerhin! So ist... Ich bin grad irgendwo! Achso! Ich hab' grad' ein bisschen Angst! Das schaffst du! Ich glaub' an dich! Nee, Spaß! Ich komm' schwarze Magie auf mich zu! Das hört sich nicht so leid an! Das hört sich nicht so leid an! Okay! Ich sollte wieder zurückgehen! Und so! Okay! Also ernsthaft! Ich glaub' ich kann mit Zwergs nicht spielen! Ich find' Zwergs auch nicht sooo schön! Ich find' halt Vanilla eigentlich für Textured Facts am besten! Ja, Facebook hätt' ich gerne! Ja, gibt's nicht! Nee! Aber, ganz ehrlich, wenn du ein Vanilla spielst, dann denkst du dir... Voll... Also ist voll normal! Echt? Oh nein! Da ist das Büser Zeugs! Neh' ich mir jetzt! Und da ist ein Backbier! Und die Tüte landet! Äh, der ist lustig! Ich bin grad' in nem anderen Dorf! Hä? Oh, hier! Das sind Steine! Ich hab' komische Steine! Ja, ich hab' diese ganzen Anleitungsdinge oder also da! Von external! Oh Gott! So viele Kleinteile! Meteorchip! Hier ist ein riesiger... Meteor eingeschlagen, glaub' ich! Echt? Ja! Also richtig groß! Ähm... Was bringen die Dinger? Rüstung! Also die Dinger auf jeden Fall Farmen! Mit ner Spitzsacke, glaub' ich! Kannst das machen! Boah, ich kann das! What the fuck! Nein! Alter! Alien-Creeper, Alter! Oh, ich hab' so'n Gerüst! Du Idiot! Ich bleib's auch hier stehen! Nein! Lock dich glaub' ich am besten aus! Junge, Alien-Creeper! Hört sich richtig geil an! Ja, geh' mal dahin! Ja, ich versuch's ja! Ich weiß es nicht mehr so ganz! Ich bin schon wieder gestorben! Läuft bei dir! Nicht! Das war richtig unfair! Ja! Ich weiß nicht! Gut! Und du? Denkst einfach so! Ja, ich geh' da jetzt irgendwo farmen und so! Und hier! Ja! Und dann denk' ich mir auch! Ja, vielleicht kommt dein Alien-Creeper! Ich sollte wieder weglaufen! Hört sich voll geil an! Ich schau's! Ich hab' sogar noch geblockt mit meiner fast vollen Diamant-Rücke! Hast du nicht! Und meinem Schwert! Da es ja auch noch mal irgendwelche Block-Dinge hat! Ich sag' wär's ein Block näher bei mir gewesen und wär's auch gestorben! Versuch' mal! Versuch' mal! Mir so an! Also sagen! Sehr klar! Bildchen übertragen! Nein! Hä! Okay! Jetzt kann ich theoretisch! Kannst du ja auch deine Folge ein bisschen länger gestalten, oder? Nee! Aber wenn du ja eh nicht ähm! Spielst! Also du bist ja eh nur im Titel-Screen oder halt! Ja stimmt! Ich komm' eh nicht mehr an! Gut! Dann disconnect' dich mal! Ähm! Sag' mal! Also du musst! Mist! Ach Mist! Ähm! War bei dir ein Turm in der Nähe! Der große Turm! Nee warte! Du gehst! Äh! Von unserer Stadt aus in die Richtung! Ich weiß wo! Ich weiß wo! Wo du mit dem Boot gefahren bist! Das sind so ganz komische Blöcke, oder? Jaja! Das waren die Meteor-Dinge! Ich seh deine! Ich seh deine Alte! Der ist aus wie ein Charge-Creeper! Aber wahrscheinlich noch zehnmal härter! Weißt du was? Ich geh' jetzt in eine Singleplayer-Welt! Oh! Test-Welt! Hab' ich kaum was gemacht, glaub' ich! Ich tu' ganz schnell jetzt irgendwie meine Items! Ich schrei' auf'n Schokobo! Und dann hol' ich alles von dir! Hä? Ich komm' nicht runter! Ich hab' Angst, dass da noch so'n Viech kommt! Ich komm' nicht von meinem Schokobo runter! Hä? Hä? Und woher kam der? Ich hab' eigentlich... Aus dem Block raus, als ich den abgebaut hab! Echt? Ja! Soll' ich die... soll ich's wagen, oder nicht? Ja! Ich hab' nicht mal rüst... Ey, nein! Ja, ich mein' der ist doch nicht direkt explodiert! Ich muss halt noch weglaufen! Ähm... Aber dann... Äh... Ist er explodiert! Ich mach' mal... Ähm... Ne Truhe hierhin! Alien-Creeper! Er macht auf jeden Fall einen dicken Krater! Echt? Ja, also der hat man ja gesehen schon! Hier! Ey, sieht aus wie ein Teletubby! Was? Der hat so ein komisch Ding auf dem Kopf! Hast du den grad gespawnt, oder was? Ja! Guck mal, was der droppt! Ah, hier! Meteorchips! Oder Chip-Dinge! Oh, ich hab' da einen Bogen jetzt! Pflege! Ich weiß jetzt halt nicht, was du von dir hast! Ich tu' direkt Leder rein! Strings rein! Dann wirst du das Zeug genug haben! Der ist auf jeden Fall von dir! Von dir! Der ist auf jeden Fall von dir! Der ist auf jeden Fall von dir! Ich weiß es halt nicht denn! Aber da darfst du mir jetzt auch nicht böse sein! Ja! Das haben wir ja alles ein! Okay! Oh! Red Meteor Jet! So! Guck ich rein! Start-Nus-3 Power! Meteor Time Detector! Oh! Hört sich nice an! Ich will! Ich hab grad jetzt aber zu schlafen! Ähm, aber einen Grabstein gibt's nicht, ne? Ja, warte! Wie lang war deine Folge? Ich schau' mal jetzt! Hä? Die eben von vorhin! Äh von heute! 22 Minuten glaube ich! Der guck auch zu lang! Ja! Aber das bringt doch eh nichts jetzt Kürtler zu machen sozusagen! Doch! Also es wurde auch gesagt, du kannst sowas nicht ausweichen! Einfach jetzt drauf raus! Ja trotzdem! Einfach aus Solidarität! Ich glaub das ja gar nicht damit zu tun! Aber du weißt nicht was es ist! Deswegen denkst du, ja ok! Dann machen wir's! Ich weiß jetzt Solidarität! Also aus Fernes den anderen gegenüber! Ja! Ja! Bei mir ist Bonderkann! Ich möchte jetzt schon Super sehen! Aber eigentlich möchte ich's auch gar nicht! Weil wenn die echt so hart sind! Oh! Ich mach nochmal! Bei dir! Und Riss 1! 3! 2! 3! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 5! 4! 5! 5! 5! 5! 5! 5! wie viele aber du hattest nur nicht viel ich habe jetzt schon 16 Meter was versteht es nicht richtig geblockt Prozent bei München Dönsson egal wie ich veranwälten und er kommt schon gar nicht Naja, ich nehme dich echt an. Nee, die sind nicht so hart. Naja, du warst spontan. Hattest du vielleicht schon low-life oder so? Nein. Pull hatte ich, glaube ich. Ach, man kriegt gar keinen Schaden. Hä? Hab ich wohl nicht geblockt. Wer kommt mal mit einem Schein vor? Oh, das kann echt nicht sein, Alter. Ich hab fast volle Diamantrüstung und sterbe bei so einem Scheiß. Obwohl der echt... Normal. Okay, ich muss auf Rad stellen. Warte, ich muss mich heilen. So, egal. Wir nehmen jetzt schon wieder 17 Minuten auf. Dann würde ich sagen, ich renne jetzt einfach schnell zurück. Zu meinem Boot. Tut das alles abliefern. Ich hab dir jetzt mal so eine Truhe hingestellt, wo der Meteor eingeschlagen ist. Wo ein paar Sachen von dir ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles ist und so. Okay, jetzt war der auf 4-3 hart. Aber ich spiele direkt hier oben. Also keine Ahnung. Der Boss, wollte nicht. Und du kannst dir das Zeug dann einfach dort holen, gell? Und ich würde jetzt für die anderen aus Team Rot dann noch ein paar übrig lassen, weil... Ich glaube, man kann da echt eine coole Rüstung draus machen. Jo. Ähm... Ja gut. Wir sollten langsam Schluss machen. Jo. Ja, ich bin gerade auf dem Rückweg. Ich beende dann auf meinem Boot. Oh, Schokobo! Oh, hier voll viele Schokoboos. Ich hab' gesehen, Schokoboos hatte es eigentlich auch recht leicht, gell? Oder halt so ein Schokoboos zu ziehen. Hm, ich denke ja. Wenn man halt dieses Büsterallzeugster hat. Jo. Also, morgen kommt aber bei mir auf jeden Fall keine Folge. Oh, stimmt! Der, warte mal! Ah, ne. Was? Wenn... Wenn du gestorben bist, sind dann Livestreams möglich? Weiß ich nicht. Achso, okay. Wir machen keinen Livestream. Achso, okay. Ja, ne. Das hat's ja dann die Frage überantwortet. So. Ich bin jetzt dann auch da. Gut. Dann hoffen wir, es hat euch nicht gefallen, weil ihr gestorben ist. Wir sehen uns dann übermorgen. Oh, aber trotzdem könnten die doch mal so ein richtiges Ha-Ha bei dir reinschreiben, oder nicht? Ich mein, guck mal. Könntens machen. Die könnten es auch sein lassen. Ich mein, du hast zwei Folgen jetzt aufgenommen und zwei Mal bist du gestorben. Sogar einmal im Livestream. Also bei dir, mh, verbesserungswürdig, oder? Würdig. Würdig, ja. Würdig. Würdig tun. Ähm. Äh. Für die, die jetzt noch gucken, ich weiß nicht mehr so viele. Ähm. In einer Woche bin ich mit dem Praktikum durch. Das heißt. Danach. Äh. Habe ich ja mehr Zeit. Gesuchtet wird dann. Und. Es ist auch schon einiges im Plan. Ähm. Werde ich aber noch nicht erzählen. Komm. Später noch. Äh. Ich könnte euch aber drauf freuen. Würdig. Gut. Würdig. Also. Dann. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.